Über 500 Fragen zu diversen Themen sind hier drin. Wir haben uns ausgesucht unter der Rubrik Rituale und Routinen. Was ist deine liebste Tageszeit, am Morgen und am Abend? Am Abend. Am Abend? Ja. Also bist du nicht einer, der gut zu den Federn auskommt? Doch, das auch. Aber ich geniesse vor allem den Abend zu Hause, den ich geniesse, wenn der Tag fertig ist, meistens mit Fussballschauen, den ich am Abend sehr geniesse. Wenn man mit dir wohnt, hat man eine Chance auf die Fernbedienung? Wir haben vier Fernsehs im Haus und jeder hat seine Fernbedienung. Von dem her ist kein Problem. Thema Körpergefühl. Was sehen Sie jeden Tag, wenn Sie in den Spiegel schauen? Eigentlich einen Mann, der sehr zufrieden ist mit seinem Leben, der viel Glück hat in seinem Leben. Und so sehe ich sehr zufrieden ist. Ab und zu die grauen Haare, die kommen, stresst Sie das auch ein wenig? Nein, es stresst mich gar nicht. Nein, es ist die nicht gefährdet. Man sieht die nicht. Nein, es ist gar nicht gefährdet. Aber die einzelnen Grauen, die kommen, stresst mich. Also ich bekomme nur ein Kompliment mit meinen rüber. Da vorne die grauen, die so sehen, stresst mich gar nicht. Wir können nicht zu fest über Haare reden, weil die nachfolgenden Gäste werden einversüchtig. Gespräche über Gott und die Welt. Woran glauben Sie nicht mehr, an das Sie vor zehn Jahren noch geglaubt haben? Es ist ja schon so, oder, dass mit dem Alter plötzlich nicht mehr ... Ich bin schon sehr katholisch aufgezogen worden, sagen wir mal so. Und im Laufe der Zeit jetzt, ja, habe ich schon auch manchmal meine Zweifel gehabt, an dem Glauben, den ich hatte. Und habe auch einiges in Frage gestellt, weil so vieles passiert ist in letzter Zeit, wo ich mich wirklich gefragt habe, ist der Glauben, den ich hatte, wirklich der Richtige? Beide? 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 Beide?